Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Entschuldigung. Genau. Einmal null bauen Solo. Für jeden, der die letzte Folge gesehen hat, hat es gesehen, dass da zwei Idioten im Solo geteamt haben, was ich richtig assi finde. Heute machen wir die hier. Geräteverbindung. Dort oder dort krieg ich mal hin, denke ich mal. Sammlung. Oh, hier muss ich noch einige frei machen. Oha, und Fischis genauso. Kriegt man aber hin, denke ich mal. Genau. Geräteverbindung. 23.000 XP. Das ist doch mal... Oha, Baba mäßig. Und Deadpool kuschelt wieder. Mit einer Dynamitstange und einem Teddybär und einem Slurp und Pommes und irgendwas anderem. Okay. Ähm... Ähm... Wo ist denn das High Five? Hä? Hä? Bin ich bescheuert? Wo ist denn das High Five hin? Hier. Hier. Jemand High Five? High Five? Irgendeiner? Nein? Keiner? Könnte man auch falsch verstehen, die Pose. Achso, Karte. Ähm... Hier unten wärmer irgendwo Land, ne? Und zwar... Dort. Ich geh wieder auf Nummer sicher. Bin vorsichtig am Start. Auch wenn dort ein Raumschiff ist. Das... Oh. Ähm... Raumschiffs... Bin ich bescheuert? Ein Zeppelin. Und ich hab vergessen zu danken. Oh nein! Der arme Busfahrer. Der wird mich jetzt hassen. Hm... Naja... Was soll man machen? Äh... Und diese 50 extra Schuld... 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 Schuld vor allem. Schild unten beim Leben. Das ist echt nice. Ich frag mich, was heute mit mir los ist. Warum hab ich so viele Sprachfehler? Oh, wer weiß... Oh, die Flügel feier ich hier aber auch. Aus dem neuen Season Pass. Ähm... Da. Unsere Techniker wollten die Schlachtenbusse etwas aufrüsten. Aber ihr Konvoi wurde abgefangen und die Skizzen gingen im Kampf verloren. Finde die Entwürfe, bevor die imaginierte Ordnung es tut. Ja, aber nicht jetzt. Boah, erstmal Loot. Hier, ach. Hier, schau mal ein. Oha. Äh... Eine Pump auf jeden Fall. Okay. 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 Danke für dein Gold. Hä? Bin ich jetzt total behämmert? Ich höre doch eine... Kiste? Ist die oben drauf? Die ist einfach oben drauf. Ähm... Ist auch wieder dort der. Hä? Hä? Wo sollen die Pläne sein? Moment mal. Ich muss auch mal ganz kurz... Äh... Die kommt weg. Den gönnen wir uns. Was ist auch hier? Ach hier, schau mal an. Hammer. So, was jetzt? Daher hin. Schaff mal noch. Wie gesagt, ne? Also, das Gameplay ist mir... Steht gerade eben wirklich mal an... Nebensa... Äh... Ja, der... 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 Komm, das schafft man noch. Neun Sekunden. Irgendwo hier. Hi. Mal ganz kurz mit dir quatschen. Was soll ich nochmal machen? Was? Hä? Dumm? Hier oben. Wir wollen die ballistik-sichere Legierung auswerten, die der imaginierte Orden für Panzer nutzt. Bring mir Stücke von der Panzer rum, so schnell du kannst. Alter, was wollen die noch? Äh... 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 Äh, was für eine... Äh... Pa... 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 Panzer rum. Äh... Oh nein, ich hab Autorennern. So. Äh... Komm, das schaffen wir noch dahin. Nice! Tschüss. So. Wie soll das klappen mit der Panzerung? Ich kriege einen Panzerschaden. Ah. Wow. Eigentlich ein Leser. Dann weißt du, was du machen musst. Okay. Panzer. Panzer, 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 Panzer. Und ich entschuldige mich für den Radau da draußen. Ähm. Da komme ich nicht weiter. Ja. Standbild. Wir sind ziemlich verarscht. Ach, komm. Das war mal eine miese Runde. Zurück zur Lobby. Wir machen direkt weiter. Darum erst mal ein Stück KW. Ähm. Ja. Einfordern, bitte. Danke. Und direkt weiter. Panzer. Ist doch dort einer? Ich glaube, dort ist einer. Oh Gott. Wie soll ich denn das machen? Ähm. Boah. Aber ich feiere meinen Skin. Kann man nicht drehen. Schade. Schade, schade. Schokolade. Online ist auch gerade aktuell. Keiner. Nö. Da ist mein Playstation-Account gewesen. Ja. Ich habe ein Playstation-Account. Auf dem meine Söhne spielen. Oder einer meiner Söhne. Der Große hat mittlerweile seinen eigenen Playstation-Account. Joah. Duck dich oder steh still, damit deine Schüsse präziser sind. Der erste Schuss, mancher Waffe. Okay. High five. Bitte. Wo? Da. High five. High five. High five. Ja. High five. Nein. Okay, schade. Panzer. Da ist einer, weiß ich. Wir werden aber dahin fahren. Ist dort ein Panzer? Ist dort ein Panzer? Ähm. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach. Doch, da müsste einer sein. Doch, da müsste einer sein. Da unten steht einer. Ist das ein Panzer? Nee, ist keiner. Scheiße. 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 Was mache ich denn jetzt? Moment. Oh, das ist nice. Scheiße. Scheiße. Ich brauche einfach nur einen fucking Panzer. Ich weiß nicht, ob da einer rumgammelt. Doch, ich glaube, da müsste einer sein, tatsächlich. Ich weiß nicht. Nein. Okay, das war der größte Fail ever. Hä? Ich habe doch eh gedrückt. Das vergessen wir mal ganz schnell. Keiner hat was gesehen. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Ich will für die abstimmen. Die ist voll geil. Die ist scheiße. Die ist geil. Ja, letzte Runde. Vergessen wir mal bitte und so, weil... Nee, das würde mich mein Leben lang verfolgen. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie dämlich kann man sein. Darauf erst mal ein Schluck Karrie. Wir haben es 7.27 Uhr in der Früh. Ich glaube, ich bin noch zu verpeilt und zu müde und... Mäh. Heute Nachmittag gibt es nämlich wieder einen schönen Stream auf meinem Twitch-Channel. Könnt ihr gerne vorbeikommen, Follow da lassen und die Glocke aktivieren. Aber auch auf YouTube könnt ihr ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Würde mich freuen. Und vor allem Daumen hoch auf die Videos. Das ist gut für den YouTube-Algorithmus. Dass man auch mal angezeigt wird. So, High Five. Hier, du. High Five. Komm. High Five. High Five. Nein. Willst du nicht? Nein. Okay. Ja. High Five. Ja. Das klappt doch immer wieder. So, Panzer. Panzerino. Da. Wir fliegen jetzt da hin. Komme, was wolle. Ich will die Aufgabe haben. Bei 23.000 XP sind babamäßig. Wir sind aktuell bei 15 Minuten. Ja. Passt. Ich weiß auch nicht, wo sonst noch ein Panzer sein könnte. Um ehrlich zu sein. Ich kenne die Map noch nicht so gut. Ich habe zwar alles aufgedeckt. Ich spiele aber aktuell jetzt die zweite Woche gerade Fortnite. Und... Ja. Kenne die Map also noch nicht so gut. So, ich brauche nur... Eine fucking Waffe und einen Panzer. Und dann wäre alles erledigt. Geht eigentlich auch die Picke? Die müsste doch auch gehen, oder? Ach komm, natürlich steht hier kein Panzer rum. Ey, das ist doch jetzt eine Verarsche, oder? Oha. Oha. Die kommt mit. Oha. Oha. Nice. Schaut auf eine Kiste. Oha. Äh, bin ich so bescheuert? Hi. Mal wieder ihn aufgedeckt. Nice. Aber das hier kein Panzer ist, das... Ach hier. Guck mal. Ähm. Da. Hallo? Nein Nicht mehr Da Nice Nice, nice, nice Das haben wir auch Ey, hör mal auf Ach komm, egal, scheiß drauf Wir haben die Aufgabe erledigt Darum geht's mir Zurück zur Lobby, wir gucken's uns an Alter, ich hab jetzt drei Folgen in einer Aufnahme gehabt Und darunter aber eine Fail-Folge Wow Ähm, Aufträge Etabliere Geräte Verbindung schon wieder Wow, jetzt Torte, okay Das werden wir aber in der nächsten Aufnahme machen Wenn's euch bis hierhin gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare da Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye